Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ja Freunde, willkommen zu der zweiten Folge von Flashy's Talk. Ja, ganz genau, ich habe mich für einen Formatnamen entschieden. Zuerst war es Flashy's Laberrunde, aber der Name ist einfach zu lang für den Titel. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gesehen haben, verlinke ich die jetzt mal in der Infocard. Ansonsten, es geht hier halt darum, dass ich über News und Gerüchte spreche, sowie eure Fragen beantworte, die jetzt nicht bei Flashy's Q&A's vorkommen, weil die Folgen von Flashy's Q&A's dafür viel zu intellektuell sind. Und ja, dabei zocke ich halt Battlefront 2, bin aber halt der größte Noob, weil ich seit Jahren nicht gezockt habe, erst recht keine Shooter. Und ja, wie ihr es womöglich im Titel schon sehen konntet, es geht unter anderem um Episode 9. Fangen wir mal mit Ezra Bridger an. Also Express und, äh, ich glaube das war Epic Stream, genau, äh, haben über neue Leaks berichtet und bekanntlich sollen ja 8 neue Charaktere am Start sein für Episode 9. Diese Leaks sind ausgehend von Concept Art zu Episode 9 und das erste Concept Art wird so beschrieben, dass da zwei vom Widerstand in Maskanathas Schiff Mitglieder der ersten Ordnung bekämpfen. Und, äh, neben Maskanatha befindet sich ein älterer Mann mit einer grünen Weste, welcher so ein zylindrisches Objekt heißt es, hält, äh, was ein Lichtschwert sein könnte. Er hat zudem lange Haare und im zweiten Concept Art sieht man den Mann dann noch genauer, er hat, äh, blaue Augen und ist ungefähr so alt wie Luke in The Last Jedi. Und interessant ist noch, dass ein Codename dieser 8 Charakter EB heißt. Also das wären die Initialen von Ezra Bridger. Und falls ihr es noch nicht so genau wisst, weil ihr euch die Rebels Serie gar nicht angeguckt habt, äh, dann lasst mich euch sagen, Ezra ist der Hauptcharakter in Rebels und die Serie endet halt damit, dass er gemeinsam mit Großadmiral, Großadmiral Thrawn in den unbekannten Regionen verschwindet. Das Alter würde also passen, in den Leaks heißt es, er ist so alt wie Luke in The Last Jedi und da müsste Ezra genau hinpassen, also der ist auch so alt zu der Zeit, äh, das passt also. Er hat übrigens auch blaue Augen und er wurde schon, und es wurde schon mehrmals berichtet, dass, äh, die Neuen, äh, dass die Unbekannten, dass die Unbekannten Regionen ein, äh, wichtiges Thema in Episode 9 sein sollen und es kann gut sein, dass Ezra da ein Lichtschwert hat, schließlich wurde er da ja auch von Kanan ausgebildet, weil er machtsensitiv ist. Also erstmal zu dem Leak, man kann natürlich nie genau wissen, ob das jetzt so passieren wird, aber es gibt halt einige Gründe, warum das Sinn macht, neben den bereits genannten Parallelen. Erstmal, Maskanata war schon immer der Mentor-Charakter, es heißt, sie sei ein Mentor für Hanne gewesen und für Rey war sie es auf jeden Fall, wie wir in Episode 7 sehen konnten. Also ihre Daseinsberechtigung ist durchaus da, dass sie zumindest machtaffin, also nicht machtempfänglich, aber eine Ahnung von der Macht hat und sich damit beschäftigt hat und damit in Berührung gekommen ist, das sehen wir ebenfalls in Episode 7. Und es gibt noch einen storytechnischen Grund, warum es Sinn macht, dass Ezra womöglich dazu kommt. Dazu schauen wir einfach mal zurück zu Episode 7. Der Widerstand wollte ja unbedingt Luke wiederfinden und wieso, weil Luke halt für Hoffnung in der Galaxie stand und zu sehen, dass Luke an der Seite des Widerstandes kämpft, sendet natürlich ein starkes Signal an die Galaxis und zeigt, dass die Erste Ordnung durchaus besiegt werden kann. Und Lukes Auftauchen in Kraid durch die Macht hat dem Widerstand natürlich selber auch Hoffnungen gegeben. Seine Demonstration auch in Episode 8, seiner Stärke direkt vor Kylo Ren, hat natürlich auch so einige Narben hinterlassen in der Ersten Ordnung und ihnen gezeigt, dass sie halt nicht unverwundbar sind. Und solange die Erste Ordnung halt nicht beweisen kann, dass sie Luke eliminiert haben, weil sie halt es ja nicht getan haben, werden sie auch nicht alle überzeugen können, dass der Zug sozusagen abgefahren ist. Nur der entscheidende Punkt ist jetzt, dass je länger Luke halt weg ist und er ist halt weg, desto mehr wird diese Hoffnung halt schwinden und jetzt kommt halt Ezra ins Spiel. Wenn sie noch so einen mächtigen Machtnutzer innerhalb des Widerstandes sehen, dann ist das nochmal ein gewaltiger Boost für die unterdrückten Bevölkerung und die Leute im Widerstand. Und da hilft natürlich auch die Tatsache, dass das Ezra Bridger ist. Der Typ hat ja auch gegen das Imperium gekämpft, als es sehr mächtig war und die Galaxis im Griff hatte. Aber wie gesagt, Leute, das heißt längst nicht, dass er hervorkommen wird. Es gibt aber einige Gründe, warum es passen würde, dass Ezra mit in Episode 9 dabei ist. Und auf jeden Fall werden Überraschungen da sein. Das steht schon mal fest. Und es wird ja bekanntlich generell auch versucht, die einzelnen Serien und Filme miteinander zu verbinden. Also, ich habe ja jetzt diesen Rocket Launcher. Mal sehen, was passiert, wenn ich den... Ja, jetzt ist er fertig. Abfeuern. Warte. Ja, genau das dachte ich mir. So ein großes Feuerball, Jumel! BAM! Fuck, nein, mein... Fuck! Ja, dieser Jetpack hat schon was. So, Freunde, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache, die ihr womöglich auch im Titel schon gesehen habt. Gina Carano ist in Star Wars dabei, genauer gesagt in der neuen Live-Action-Serie The Mandalorian, die man auf Disneys Streaming-Dienst nächstes Jahr finden wird. Diese Info kommt von Hollywood Reporter, eine ziemlich verlässliche Quelle. Und bei der Frage, wen sie denn spielt, ist halt ihre Hintergrundgeschichte ziemlich wichtig. Gina war eine professionelle MMA-Kämpferin, die nachdem sie zurückgetreten ist von dem Profisport, zu einer Schauspielerin wurde. Sie hat zum Beispiel die Rolle von Angel Dust in Deadpool 2 verkörpert, war auch in Fast and Furious 6 zum Beispiel. Und generell spielte sie bisher, ausgehend von ihrem beruflichen Hintergrund, sehr, ja, ich sag mal, physische Rollen, mit viel Bewegung und, ja, auf die Fresse hauen. Vermutung gibt's da zum Beispiel in Richtung Sabine aus Rebels, also, dass sie diese in der neuen Serie spielen wird, weil diese sieht ihr halt schon etwas ähnlich und da ist halt auch dieser mandalorianische Hintergrund und es ist halt eine sehr physische Rolle. Dennoch, wenn Sabine da eine größere Rolle spielen wird, würde sie da wahrscheinlich eine Asiatin verkörpern, also eine Asiatin würde gecastet werden. Wahrscheinlich verkörpert sie dann einfach eine neue Kopfgeldjährerin, vielleicht wurde sie ja auch beauftragt, den Mandalorianer zu eliminieren oder ähnliches. Sie wird, denke ich, dann wohl einfach eine Art Vollstreckerin sein. Was dafür sprechen würde, also, dass sie eventuell den Mandalorianer jagt, ist, dass die Serie The Mandalorian heißt und ich glaube, da macht es mehr Sinn, wenn da auch nur ein Mandalorianer am Start ist und so wird sie wahrscheinlich auch nicht Bo-Katan verkörpern. Aber vor diesem ganzen Hintergrund könnt ihr hier mal gerne in die Kommentare ballern, was glaubt ihr wird Gina dann für eine Rolle übernehmen? Ich persönlich denke, es wird kein bereits bekannter Charakter, kann natürlich aber auch sein. Nein, Boba Fett, du verreckst jetzt. So, wo haben wir denn noch weitere Ärsche zu penetrieren? Oh, what the fuck, Alter. Nummer 1. Da ist auch schon Nummer 2. Super. Shit, Alter. Ist das ein bisschen brenzlig hier. Jo, ist da eine Version? Nein, eine Version, du verreckst jetzt auch. Jetzt nochmal zu einer Frage von einem Flashinator. Oh Gott. Nämlich zu meiner Lieblingsepisode. Und das wurde ich halt schon öfter gefragt und ich muss einfach sagen, ich kann mich jetzt nicht wirklich entscheiden. Denn das Ding ist vor allem wichtig, ist ja natürlich der Unterhaltungsfaktor. Und wenn man jetzt mal 1977 vergleicht mit 2017, die technischen Möglichkeiten gehen einfach weit auseinander und somit ist das Unterhaltungspotenzial natürlich meiner Meinung nach auch nicht gleichmäßig, würde ich sagen. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Sequels am meisten feiere. Aber der technische Fortschritt ist halt schon ein wenig entscheidend. Gerade wenn du dann zum Beispiel in der Originaltrilogie den Millennium Falcon siehst, wie er zum Beispiel aus dem Todesstern fliegt. Und dann sieht man einfach überall ganz klar grüne Artefakte von Greenscreen. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht kein gerade unterhaltungsfördernder Faktor. Aber ich sag mal so, ich fande keine Episode absolut scheiße. Nur ist es auf jeden Fall weder Episode 1 noch Episode 4 noch Episode 7 oder 8. Aber wie sieht's bei euch aus? Schreibt gerne mal eure Lieblingsepisode rein. Da bin ich gespannt, ob auch nur einer 7 oder 8 nimmt. Übrigens, die Spin-Offs würde ich jetzt sagen, zählen jetzt mal nicht. Und da fliegt der Lando, denn gegen ihn wurde ein Treffer gelandot. Ja, Freunde, wie gesagt, schreibt mal zu all den besprochenen Themen mal gerne eure Meinung rein. Checkt gerne die Links in der Kommentarsektion und Beschreibung ab zu MMOGA, wo ihr alles im Bereich Gaming günstiger bekommt als der Normalpreis. Battlefront 2 zum Beispiel für 20 Euro, aber es gibt noch deutlich reduziertere Spiele. Und Spielwährung gibt's da auch. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Star Wars Geschichten, News oder auch Comedy verpassen wollt. Checkt meinen neuen Kanal aus, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.